einen wunderschönen da bin ich schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt diesmal made of scare und zwar die ps5 version soll sehr gruselig sein ich lasse mich mal überraschen sehr gut masi sehr gut ja papa sieht ich deutsch untertitel an welcher drache der eine drache oder ach nee der andere ist ja gut der da jetzt ist er bei mir kaum noch sichtbar und lassen wir das mal qualität leistung qualität herausforderungen einstellungen sound musik machen wir auf 65 prozent effekte und so das können wir alles lassen gegner und schaden kommen im spiel nicht vor die gegenstelle können nicht erlangt werden spieler verfügt über mehr gesundheit gegner sind schwach und weniger aggressiv ja also gegner wollen wir ja schon haben die dearest thomas dies sind noch was i wish to write mein father has learned of our plans my love yet there is more far worse that i wish you to understand but i feel wir wollen uns nicht so viel spoilern lassen obwohl wir ja schon mal gespielt haben für die ps4 ich weiß nicht ob ihr euch noch daran erinnern könnt dass wir die gespielt haben ich kann mich noch gut daran erinnern da vorne kommt gleich ein tor da kommen wir nicht rein wir müssen nach links aber soweit ich weiß und mich erinnern kann bei der ps4 version war nicht die möglichkeit gegner komplett auszuschalten weil da hatte ich gegner mit den licht effekten finde ich haben es sieht jetzt ein bisschen besser aus und es war in no small part due to my new found fame and fortune that we were able to open scare hotel und abonniere und abonniere und abonniere und weiter weil Wenn ihr jetzt hier spielen könnt, dann würde ich bestimmt auch passieren, wenn ich die Noten nachspielen würde. Das sieht schon cool aus. Jetzt kommen wir halt hier zum Schloss. Was ist denn das? Das habe ich bei der PS4-Version gar nicht gesehen. Oder ich war nur zu langsam, ohne zu sehen. Kann auch sein. Hier ist das Tor. Hier ist das Tor, bei der PS4-Version. Das ist das Tor. Die PS4-Version. Für den PS3-Version. Bullshit. Musik Ich habe gedacht, hier wäre noch etwas. Da war ich nämlich letztens nicht. Also letztens, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass wir die PS4-Version gespielt haben. Das muss ja ohne die fühlte Heilige Ewigkeit her sein, ey. Thomas! Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Das sollte vielleicht ein bisschen besser sein mit der Kamera. Oh! Dann kam ich auf den Dachboden. Mein Vater, bitte, du musst alle die Brass-Sylinders finden. Ach, ey, das hat mir beim ersten Mal schon Gänsehaut gemacht, das Feeling hier drin, ey. Hier kommen wir nachher auch noch hin. Ich stelle das mal wieder auf Standard zurück. Ob es dann besser aussieht? Ne. Bisschen dunkler ist es. Bisschen dunkler ist für uns oder zum Beispiel teile. Wir schaffen die Brass-Sylinders. Jetzt bin ich richtig. Wir bekommen hier genau von allen. Wir machen den Brass-Sylinders. Bisschen dunkler ist. Also, Nübben-Busschen dunkler ist für uns. Igen-Busschen dunkler ist. Aber das ist alles genau. Bisschen dunkler ist für uns. Der Brass-Sylindership ist für uns. Der Brass-Sylindership ist für uns, dass wir uns ist. Oh, scheiße, ja. Mmh. Untertitelung. BR 2018 Und all else! Help me! Who's there? Who are you? Henry! Henry Hughes, you must get me out. Hurry! We must get this door open. Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry! Do something! What? No! No, don't leave me! They might return any minute. Oh, do something! I can't break it down from my side. Good. Good. Try again. Harder man! Throw yourself into it! Wait. Wait. No. They're coming. Oh god, please, no! No, don't do this! Whatever you want, I... They're coming. Uh-huh! Um... Um... Uh... Um... Um... Ah... Um... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheiße, ich sehe nichts mehr. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Atmosphäre, die hier aufgebaut wird, ist echt wo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt wird es mir angezeigt Eben habe ich es nur gesehen Da wurde es mir nicht angezeigt Achso, da geht es dann Wieder runter, gut Und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, da geht es mir nicht Achso, da geht es mir nicht Achso, da geht es mir nicht Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe, ehrlich gesagt Achso, da geht es mir nicht Ich habe keine Karte, kein Nichts. Und dunkel wie ein Bärenarsch ist das auch, ey. Ich habe keine Karte, keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte. An das kann ich mich beim ersten Mal nicht erinnern. Ich habe keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte. Ich habe keine Karte, keine Karte, keine Karte. Oh ... Jetzt haut der nicht ab, ich fall gleich ummig um. Ich bin mir da tot. Shit. Ja, wir sind ja schon bei 40 Minuten, dann würde ich jetzt hier auch Schluss machen. Ihr seht, ein kniffliges Horrorspiel. Oh Gott. Hat mir ein paar graue Haare jetzt gemacht. Bisschen viel erschreckt. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das gibt es für PS4 und PS5. Für die PS4 gibt es schon länger. Da habe ich schon mal einen angezockt gemacht. Und das ist jetzt die PS5-Version, die es seit kurzem gibt. Ihr hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zugucken. Oh Gott. Beim Erschrecken zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein, haut da rein.